Jo YouTube, was geht ab? Charisma ist am Start mit einer erneuten Video hier auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr eine MB2 Nuke auf D-Rail von Pain Eclipse, eigentlich ziemlich schnell erspielt, ich glaube in unter 2 Minuten. Und ja, dies ist eigentlich ein Infovideo, dass ich den N7 Team gejoint bin, also N7 Nation. Das heißt, ihr werdet im Laufe der Zeit einige Commentaries auf deren Kanal gucken, bedeutet, die werden wieder aktiver. Bedeutet, ihr könnt ja mal vorbeischauen und Zap da lassen. Das heißt allerdings auch, dass ich Team Cypress verlassen habe. Ich wurde weder gekickt, noch gab es irgendwie Streit, ich habe auf meinen eigenen Willen verlassen, weil ab und zu, was soll ich sagen, ab und zu muss man auch an sich selbst mal denken. Aber trotzdem wünsche ich Team Cypress viel Erfolg auf ihren weiteren Weg. Ich wollte schon Lebensweg schreiben, aber die haben ja alle kein Leben, aha! Ja, wie gesagt, ich wünsche ihnen alles Gute, auf dass sie dieses Jahr die 1000 Abonnenten schaffen, wenn nicht sogar die, keine Ahnung, 1100, 1200, ich gönne es ihnen von ganzem Herzen. Schaut auf jeden Fall noch ein letztes Mal bei denen vorbei oder mehrere Male, würde mich freuen, wenn ihr denen noch ein netzes Like und einen Kommentar da lassen würdet. Und ja, wir sehen uns bei N7 und weiter auf meinem Kanal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.